Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect 2. Genau genommen spielen wir jetzt den DLC, oder einen bestimmten, und zwar den mit Zaid Massani. Das ist dieser Knüll hier, denn der hat ja auch noch ein kleines Problemchen, wie er ja auf Omega einem erzählt hat, bzw. uns erzählt hat. So, und zwar hier auf dem Planeten findet das Ganze jetzt statt. Schlamm, Schweiß und Schworen, so beschreiben Söldner der Blue Suns den Planeten, auf dem ihre Organisation gegründet wurde. Die übige Gartenwelt ist bekannt für ihr ausuferndes Pflanzen- und Pilzleben in spektakulären Dschungelgebieten auf einem Großteil ihrer acht Kontinente. Trotz ständiger Probleme mit der Verrottung und Rost zieht Zora Investoren und Unternehmen aus der gesamten Galaxie an, weil bisher nur ein Bruchteil der Ressourcen ausgebeutet wurde. Die Blue Suns dominieren den Sicherheitsmarkt auf Zoria, Zoria oder so ähnliches so sehr, dass die Bewohner das Ganze schon nicht mehr als Monopol betrachten, sondern eher als Eroberung durch ein Regime. Gründung der Kolonie 2160, Population 148 Millionen, Hauptstadt Thun. Entfernung zur Sonne 1,8 astronomische Einheiten, Umlaufzeit 2,4 Erdjahre, Radius 6247 Kilometer, Tagesdauer 28,4 Erdstunden, atmosphärischer Druck 1,22 Erdmosphären, Oberflächentemperatur 33 Grad Celsius, Oberflächengravitation 1 G. Gut, jetzt wissen wir es. So, wen nehmen wir denn jetzt mal mit? Ach, ich nehme mal, wo Magarus, der ist eh schon ausgewählt, also. So, warte mal, hat Said auch die Waffe, die er haben soll? Jupp. Jupp. Hecke mich in die Kommunikation der Blue Suns. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten. So, dann schauen wir uns hier mal um. Mal gucken, ob keiner guckt. So, aber nee, hier gucke ich ja nicht weiter. Na, okay, gut, dann muss ich hier runterlaufen. Einheit Bravo, in Ihrer Nähe ist ein Shuttle gelandet. Sehen Sie sich das an. Los geht's. Bleiben Sie in der Nähe. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Widos, Hans. Rücken wir weiter vor. So, hier sind noch kleine Fchen laufen hier rum. So, hier ist ja nichts weiter. Kommando an Bravo, Position einnehmen. Diese Leute sind vermutlich keine Flüchtlinge. Nee, Flüchtlinge sind doch weiß Gott nicht. Ja, ich hab noch schon mal besser geschossen. So, das war's für erst einmal. Für den Moment. Verstärkung ist unterwegs. Wir geben Ihnen Deckung. Wo? Von wo kommt die Verstärkung? Wo? Oh! So muss es sein! Das macht sie fertig! Ja, drücken wir den Deck! Ja, drücken wir den Deck! Ja, drücken wir den Deck! So, jetzt ist die große Frage. Wo genau ist denn jetzt nur mal der Eingang? Hier ist Kommander Santiago. Wer flieht, solange die Eindringlinge noch leben, den töte ich höchstpersönlich. Und jetzt kommen Sie verdammt nochmal zurück! Vido! Klingt, als hätte er sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Kuh vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getilgt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Battaglana einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat sechs von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Sie haben einen Schuss in den Kopf überlebt? Ja. Und Sie haben die Zerstörung Ihres Schiffs überlebt. Wenn man stur genug ist, kann man fast alles überleben. Wut ist ein verdammt gutes Schmerzmittel. Wir sollten lieber aufbrechen. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Tor aus. Jetzt. Sie wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn. Der ist echt stinkig. Zahid ist echt stinkig. Einheiten Charlie Delta beim Torhaus sammeln. So, bevor ich jetzt weitergehe, noch mal ganz kurz abspeichern. Zahid Massani. Sie haben mich endlich gefunden. Wie, du? Machen Sie keine Dummheiten, Zahid. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie es. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Brenn, du Schwein. Das war Ihr Todesurteil, Massani. Was machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Oh, Mann. Wir opfern keine Leben für das Wohl der Mission. Es gibt immer einen besseren Weg. Zum Beispiel? Stundenlang durch den Dschungel irren und einen anderen Eingang suchen? Wenn Sie Ihre Zeit verschwenden wollen, nur zu. Ich gehe wieder. Sie gefährden Leben und die Mission für Ihren egoistischen Rachetrip. Wollen Sie das wirklich tun, Shepard? Ich sollte Sie Windel weich prügeln. Aber dank Ihnen müssen wir eine brennende Raffinerie retten. Lassen Sie sie verbrennen. Wie du stirb, koste es, was es wolle. Der Typ, der ist so voller Haste. Der ist so voller Haste, Weg, fühle ich dir das ja schon. Oh, 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 verdammendemal. So, hier ist auch nochmal ein bisschen. Hilfe, wir sind eingesperrt. Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docs. Sie würden diese Menschen sterben lassen? Und ob. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich Ihnen die Schuld. Wir sind hier, um diese Menschen zu befreien. Wir gehen rein. Ich wusste, das war ein Fehler. Wenn wir das machen wollen, sollten wir uns beeilen. Echt, der Said, der würde sogar unschuldige Arbeiter hier einfach krepieren lassen, nur um diesen Vido da zu kriegen. Naja, okay, gut. Aber das werden wir eben mal nicht mitmachen. Denn ich bin ja kein... Oh, 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 oh. Denn ich bin ja nicht so ein... So ein Arschler, ne? So. Also mal gucken. Ich weiß das ganz ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt hin muss. Ja, nicht, weil ich das verhindern kann. Ich weiß jetzt aber ganz ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Oh Mann, hier fliegt ja alles auseinander. Ah, nee. Äh, warte mal. Ist in Ihnen da ja gerade was gewesen? Ach, da raffiniert es. Palladion. Das muss natürlich mitgenommen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Was das wohl ist? Feuerlöschsystem. Ah ja, Feuerlöschsystem ist immer gut. Ah, wunderbar. Okay, die Leute sind jetzt alle in Sicherheit, so wie es aussieht. Wunderbar. Ähm, ja. Das nehme ich mit. Ja, jetzt aber. Ich will jetzt aber den scheiß Flammenwerfer ja nicht haben. Tötet sie! Oh, wo? Gut, bevor ich jetzt aber weitergehe, war hier noch irgendetwas? Äh, nein. 187 für schwere, ja. Aber ich will ja jetzt gar nicht äh, diese Fires-Dingsbums haben. Ich möchte äh, ja. Ach, den ja. Den Bogenprojektor. So, warte mal. War hier oben noch irgendetwas? Nee, ne? Oder? Nein. Gut. So. Da war auch nichts mehr. Puh. Puh. Noch sind wir nicht Tote. Ich hab ihn nicht losgemacht. Noch hat er in den Leben genommen. Und jetzt nehme ich es wieder. Der Null! Aufzug ist die erste Welt. Vielleicht vergiss ich nicht an, dass er hier loslutet. Lassen Sie den Loser sterben, Shepard. Sie können entkommen. Mögen Sie sich bereit, Said? Das ist so leid! Lassen Sie den Loser sterben! Achter Treffer! Oh oh oh, das hört sich gar nicht gut an. Oh, kommt plötzlich! Schießen Sie da auf! Legt auf, wie Sie da unten sind! Und unten bleiben! Hey! Oh no! Oh! Ah! 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 Das geht gleich hoch! Handbeschuss! Oh oh! Verdammel nochmal! Ähm.. ...so war das alles nicht geplant, aber ist egal. Volle Wirkung! Oh, Mann! Oh, das war... Das ging ja gerade noch mal gut. So, aber jetzt muss ich noch mal da drüben hinlatschen. So, bergen. Ja, mehr ist hier ja nicht. Auf jeden Fall brauche ich unbedingt Munition. So viel ist schon mal sicher. So, jetzt habe ich hier mit Munition und jetzt mal gucken, was hier drüben jetzt eigentlich ist. So, jetzt kommen wir hier noch mal drüben in den Raum rein, mal gucken. Das ist hier, äh, toll, auch nichts. Nun gut. Diesmal nicht, Said. Wir ruhen, Sohn. Wir sehen uns in 20 Jahren. Oh, der wird sauer sein. Sie haben mich gerade 20 Jahre meines Lebens gekostet. Was dann? Said, alles in Ordnung? Was kümmert Sie das? Mir geht's gut. Und jetzt los. Bringen Sie mich aus diesem Drecksloch raus. Ich will sie nicht auf meinem Schiff haben, warum soll ich Ihnen trauen? Ich weiß nicht, ob ich einen Mann wie Sie auf meinem Schiff brauche. Wenn Sie mich nicht brauchen, hätte Cerberus mich nicht bezahlt. Ich tue, wofür man mich bezahlt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt lassen Sie die Spielchen und verschwinden wir hier. Ihnen sind Ihre eigenen Ziele wichtiger als die Mission. So läuft das nicht. Ich habe all die Zeit überlebt, indem ich mich um mich selbst gekümmert habe. Keine Zeit, mich um andere Leute zu sorgen. Sie sind jetzt Teil eines Teams, Said. Wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, haben wir keine Chance. Vielleicht, vielleicht haben Sie recht. Ich bin noch nicht fertig mit Vido. Aber ich kann es lang genug vergessen, um Ihre Mission abzuschließen. Verschwinden wir hier. Nun gut, es hat doch noch ein gutes Ende gefunden. Es ist natürlich nur die große Frage, ob er Vido wirklich nimmts finden und erledigen wird. So, die Rafferie vom Eltfell-Eschland aufs Soria wurde befreit. Aber der Wiederaufbau wird das Unternehmen Millionen kosten. Said hat trotz Vido-Santiagos-Flucht Shepards Befehlensgewalt akzeptiert und scheint sich ganz auf die Mission zu konzentrieren. Erfahren 750 Punkte, Kraft von Said freigeschaltet. Wirft eine Sprengenade, die beim Aufbau explodiert und Flammenwellen in alle Richtungen ausstrahlt. Der Feuerschaden wirkt selbst gegen Panzerung. Said neues Outfit. Na, das gucken wir uns gleich mal an. Jetzt den Flammenwerfer, den brauche ich aber eigentlich nicht. Munitionen für schwere Waffen, Upgrade für schwere Waffen. Ja, wunderbar. Credits 60.000, uha. Das ist gut. Palladium 2000, Bericht schließen. So, das Outfit von Said das neue, das werden wir uns gleich mal anschauen. So. Teamstatus, loyal, wunderbar. Ah, das so, okay, rot, das gefällt, das bleibt. So, das war also der DLC mit Said Massani. Da haben wir ja unser erstes Gruppenmitglied, das loyal ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.